Rituale, um einen Mörder zu identifizieren aus dem Hoodoo Version 1 Wenn der Mörder die Leiche des Opfers berührt, beginnt die Wunde des Opfers zu bluten. Version 2 Auf die Leiche des Opfers wird ein zerbrochener Strohhalm derart gelegt, dass er ein Kreuz bildet. Die Verdächtigen sollen über die Leiche steigen. Die Leiche beginnt aus der Nase zu bluten, wenn der Mörder über die Leiche steigt. Version 3 Die Leiche des Opfers wird bei der Aufbahrung auf jene Kleidung gelegt, die sie bei ihrer Tötung getragen hat. Der Mörder wird in der Zeit, in der die Leiche aufgebahrt ist, diese aufsuchen. Sobald der Mörder in die Nähe der Leiche gelangt, wird diese aus Mund und Nase bluten. Version 4 Wenn der Mord bereits Jahre zurückliegt, so kann der Mörder dennoch identifiziert werden, indem der Verdächtige die Knochen des Opfers berührt. Aus den Knochen tritt Blut aus, falls es sich um den Mörder handelt. Hinweise Ähnliche Vorstellungen sind auch aus Europa bekannt. Man denke nur an das Nibelungenlied, wo die Wunde des getöteten Siegfrieds anfängt zu bluten, als sein Mörderhagen von Tronji in der Nähe der Leiche gelangt. Das war meine Vorstellung von Ritualen, um einen Mörder zu identifizieren aus dem Hoodoo. Falls euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss! Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss!